Hallo, ich bin Martina und in diesem Video kannst du üben, was du über die Temporal- und Modaladverbien schon gelernt hast. Damit du alle Aufgaben lösen kannst, solltest du dir das Lehrvideo zu den Adverbien nochmal ansehen. Ich wünsche dir mit den Aufgaben viel Spaß. Beginnen wir doch gleich mit den Temporaladverbien. Temporaladverbien informieren uns über den Zeitpunkt einer Sache. Nach Adverbien, die über den Zeitpunkt Auskunft geben, fragt man mit wann. Und mögliche Antworten auf diese Frage sind Das sind also Temporaladverbien, die über einen Zeitpunkt informieren. Man bildet damit Sätze wie zum Beispiel Bald ist Weihnachten Nach Adverbien, die über die Dauer oder die Wiederholung informieren, fragt man mit Wie lange? Wie oft? Oder seit wann? Und diese Adverbien, die uns Auskunft über die Dauer oder die Wiederholung einer Sache geben, sind Immer, lange, manchmal, mehrmals, oft, niemals, bis... Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Sofatutor.com Gute Bildung, zu Hause!